hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video bei spiel mit mir apps und games und heute geht es weiter mit der lego ninjago wu crew wir sind auf der suche nach nia die befindet sich hier unten links auf der karte in der höhle des samurai x und wir gehen glaube ich mal hier unten hin ja der waldweg und wir sehen unsere wu crew sehen es auch mit dabei und natürlich auch kanz an das ist der hier unser eigener denn ja ja lego ninjago den haben wir selbst gemacht und hat die elementareigenschaft feuer mal schauen ob wir die heute wieder einsetzen werden spinge zu feuer und jetzt warten wir so los geht's wir sind hier wieder im wald gibt es ja verschiedene wetterbedingungen hier wasser haben wir nicht dabei also geht es hier von uns weiter die explosion haben wir hier schon da hat uns einer gesehen aber der kommt nicht an uns dran hier die treppe hoch und ich werde verstecken verstecken sehr gut hier den hebel betätigen die tür aufmachen schnell hier rüber da sind wir jetzt durch wir sehen eine kiste die öffnen wir selbstverständlich die haben wir erwischt also alle gegner heute im hinterhalt besiegt bisher natürlich hier noch ein bisschen gold das hilft uns natürlich um unseren ninja hier abzuleveln oder hochzuleveln hochzuleveln und wir sind glaube ich schon level c wo ab geht es geht das portal super hier sind eine menge aber kein problem für uns denn die erste dunkle materie die wird zerstört auch dich haben wir mal schon die andere dunkle materie und hier und hier zwei von drei wir müssen erstmal nach oben uns den schlüssel besorgen sonst kommen wir nicht weiter in diesem level das haben wir geschafft nach oben brauchen wir glaube ich wir müssen hier durch die falle das ist natürlich nicht so toll der krankenwagen ist jetzt nicht für uns der pferdchen ist vorbei leute obwohl wir könnten auch einen krankenwagen gebrauchen die drei tugenden des ninjas die drei tugenden des ninjas tarnung tempo und treue glaube ich so einmal hier den hebel und dann hier die tür öffnen sehr gut und dann geht es jetzt in die letzte oder in den letzten teil dieses levels wir müssen diese kleinen häuschen hier eigentlich alles verstehen aber so die dunkle materie hier steck dich das ist und jetzt wird es mal zeit für das bin ja komm her keine chance so so was passiert denn wenn wir jetzt hier den klo runter machen hier geht dann die tür aufregende andere dann müssen wir mal gleich schauen wir gehen mal hier nach oben in den kampf und auch in die tarnung sehr gut kanzern brauchen wir hier mal wieder wasser ach man da kommen wir leider nicht vorbei oder nicht rein wir sehen hier wir sehen hier große nur die materie hier das ist aber auch nur eine kiste also so schlimm ist es dann doch nicht sehr gut und das war es mit dieser Level oder dieser Mission Leute aber wir machen heute noch eine denn wir sind super schnell durchgekommen das ist ja gut das gefällt oh wir sind Level 11 schon dann geht es weiter wir sind jetzt hier dann geht es weiter wir sind fast bei Nia und jetzt sind wir wieder im Bergweg und das ist wahrscheinlich wieder eine Schneemission und die gefällt uns ganz besonders Leute sehr gut sehr sehr gut wow und da sind auch andere Gegner jetzt die will ich klappen machen nein doch hat doch noch geklappt und ist haha wow schaut euch mal die Fallen hier unten an das kann was werden und hier müssen wir doch mit senken auch schon wieder Wasser Mensch kann doch nicht sein und hier wir kommen auch hier und 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 hier kurzen und hier kurz regional das und hier Dann hier, nein, erst rumbleiben, Kiste öffnen. So, dann geht's jetzt weiter. Da kommen wir wahrscheinlich wieder nicht durch. Nein, mann! Unfassbar. Dann erst noch rum. Da sind ja gar keine Gegner. Was ist denn los? Keine Lust? Wurde die alle gekündigt? Kann natürlich auch sein. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Müssen wir anscheinend. Hier oben erstmal die Kiste. Machen wir noch irgendwann Schüsse gleich. Vielleicht hier zu finden. Mal schauen. Wir sehen hier auf jeden Fall die Kiste. Schüsse muss aber. Oh, das kann man eh gar nicht mehr. Oh, ja. Runter, runter, hoch und runter. Dann haben wir jetzt auch den Schlüssel. Und wir können durch das Tor vielleicht, denke ich mal. Oh, yes. Oh, yes. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas? Aber wir haben hier noch Gold. Natürlich einsammeln. Und wir haben hier noch ein paar Gegner. Oh, das ist riesig an die Edelie. Eine Kiste sehe ich hier auch. Dritte Kiste in diesem Level. Und dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. Wohl. Nein, du Gegner, du Gegner. So, jetzt geht's weiter zum letzten Teil dieses Levels. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020